ja servus zusammen also das ist jetzt bloß mal so ein kleiner hinweis das ist noch karl let's play zu vor ort new vegas das kommt erst und zwar ich nehme an samstag oder montag mal schauen ich wollte nur darauf hinweisen wie gesagt von mir können jetzt in den nächsten port auch ein wenig weniger da sein ist interesse der kassau ich meine wer schaut sich an also mir insofern erzähle ich das jetzt ja in erster linie mir und test der motor des voll natürlich war da jetzt einmal mikrofon dabei aber das war halt so tischartiges mikrofon ich hätte irgendwo hinklipsen können und sonst wäre es gewesen hat er absolut spitzenaufnahmequalität kommt kann man nichts sagen super aufgenommen problem das hat halt alles aufgenommen ja da kommt gras wachsen hören damit und das ist natürlich scheiße weil in meinem zimmer stehen zwei pcs ja mit lüftern da rauscht der panzer durch ja und wenn es jetzt natürlich dir überlegt ich nehme da aufbaut irgendwas und aus die ganze zeit im hintergrund wer hört sich das länger wie zwei minuten an kann also den wieder eingepackt weiter verschenkt nächstes stellt das jetzt auf dem weg bevor das dort fange ich natürlich jetzt kann als let's play an und ich war die alten parts nicht weiterführen weil ganz einfacher grund dass das mikro jetzt funktioniert ich weiß nicht wissen schon wieder bei der aufnahme mit drin sind aber wahrscheinlich wieder einige das ist nämlich ein wunder weil der stecker der ist jetzt mittlerweile herausgefunden wo es jetzt tatsächlich wo der bruch ist ich habe einen schönen kabelbruch und zwar direkt vorne am stecker ja und das ist halt scheiße weil da kann ich gar nichts machen da kann ich ein wenig dran rumpasteln oder sondern lässt es wieder das ist mitten in dem plastik ding vorne drin und hab da wenig probiert aber versuchte sich seitlich hinzuklemmen und sonst ist aber da geht nichts ja also wenn es die aufnahme halbwegs fehlerfrei übersteht dann bin ich schon total happy also lange rede kürzer sind nächsten paar doch gibt es gerade videos von mir ich habe so noch ein paar rumliegen die werde ich noch hochladen ja ich habe ja aber von wissen aber ja da neben anders und auch mal acht stunden durch gespielt und das habe ja alles aufgenommen das habt ihr ja noch lange nicht aber vor lauten juvegas gibt es noch nicht da muss man irgendwann und dann mit einer brillant glasklaren stimme hoffe ich wobei das ist also hoffe ich jetzt natürlich aber das gereicht mir jetzt wahrscheinlich nicht zum vorderen weil meine stimme also die klingt jetzt nicht so toll und besonders nicht wenn die glasklar rüberkommt dann lieber mit so einem blechernen dumpfen ton wie hier mit dem mikro ja weil wenn die erst einmal ein wenig heller wird und ein wenig klare würde alle sagen ja was ist denn das wäre noch schlimmer na ja gut sei denn auch keine oponenten die mir wirklich abspringen könnten ja wurscht kann man noch probiert also bis demnächst